Sie haben am Fußballmikrofon Manni Bröckmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und los geht's. Und die heutige Begegnung heißt Bayern München gegen Chelsea. Selten hat eine Vereinsmannschaft das nationale und auch internationale Geschehen so dominiert, wie das die Bayern in jüngster Zeit geschafft hat. Über 50 Titel haben wir mittlerweile gesammelt und ganz ehrlich, es ist kein Ende in Sicht. Bin mal gespannt, wer da dauerhaft gegenhalten kann. Wirklich ein Paradebeispiel für einen hochmodernen Zweckbau, die Allianz Arena im Norden Münchens. Allein schon das ausgefuchste System der sogenannten Esplanat, einem Wegesystem, das zur Verteilung und Lenkung der Besucherströme dient, ist erstaunlich. Da guckst du. Und der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Hans de Nottebo. Robben. Müller. Eine unpräzise Flanke, das stellt die Verteidigung vor keine Probleme. Lahn. Peron Borting. Javi Martinez. Schweinsteiger. Borting. Schweinsteiger am Ball. Da ist er, der Vorbereiter par excellence, der ideale Mitspieler für jeden Stürmer. Ach du lieber Himmel. Götze. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Oskar. Dann Plan. metraz. Borting. Vielen Dank.